Was ist denn da? Was ist denn da? Ach, was ist denn da? Guck mich, das ist so traurig an. Was ist denn da wohl gemacht, ja? Ich geh mal eben hoch und setze die dazu, da kannst du uns beide mal aufnehmen. Ja. Kamerad, was ist denn? Willst du mitfahren oder nicht? Jeden Neuen guckt der kritisch an. Guck mal, da wird das immer aufgemacht. Das ist cool. Da ist er interessiert. Ja, ist er ja.